Woberns Schwäche sind die Five Tens. Er hat das halbe FBI in der Tasche. Wer mich ihm mit regulären Ermittlungen wüsste erst sofort. Aber wenn ich einen Insider auf Schiff ansetze, schnappen wir uns beide. Du hast das können und ein Motiv, das durchzuziehen. Achso, ich bin undercover, kommt mit dem Ziel...